Ja, wir sind heute Morgen hierher zur Saalburg gekommen, wieder einmal, um uns das mal anzuschauen. Die Ausstellung war sehr interessant, um zu sehen, auch wie die Soldaten der Römer damals hier schon gelebt haben, wie weit das auch alles verbreitet war und sehr interessant waren eben auch die Ausstellungsstücke, die wir gesehen haben. Es war sehr vieles sehr ähnlich dem, was wir heute auch nutzen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!